Wir müssen bei dieser Aufgabe herausfinden, wie gross der Winkel Alpha ist. Bei Winkelberechnungsaufgaben gibt es immer mehrere mögliche Lösungswege. Ein kleiner Tipp, falls ihr nicht weiterkommt, berechnet ihr einfach alle Winkel, die ihr berechnet und zumal kommen wir auf die Lösung. Wir fangen mit dem rechten Teildreueck an. Im oberen Ecken haben wir, wegen dem Nebenwinkelsatz, der sagt, dass die beiden Nebenwinkel zusammen 180 Grad gross sind, einen 90 Grad Winkel. Alle Winkel in einem Dreueck sind ja zusammengezählt 180 Grad gross. Dann ist der Winkel links unten 54 Grad gross. Jetzt schauen wir das grosse Dreueck an. Weil wir zwei von drei Winkeln gegeben haben, nämlich den 90 Grad Winkel links unten und den 36 Grad Winkel rechts unten, muss der Winkel Gamma hier 54 Grad gross sein, weil ja auch diese drei Winkel zusammen 180 Grad gross sein müssen. Von W Gamma wissen wir, dass das die Winkelhalbierende ist. Dann ist eine Hälfte vom Winkel 27 Grad gross. Der eine Teil des Winkels links unten haben wir ja schon bestimmt. Wenn der ganze Winkel 90 Grad gross ist, dann ist der Rest noch 36 Grad gross. Jetzt haben wir es fast geschafft. Wir schauen jetzt noch das linke Teil dreueck an. In dem fehlt uns nur noch der gesuchte Winkel Alpha. Den können wir jetzt ausrechnen, indem wir die beiden gegebenen Winkel von 180 Grad abziehen. Alpha ist also 117 Grad gross. Weitere Aufgaben findet ihr auf www.bruck.ch und 1G-g-tap. Top 5